Ich war zurückhaltend und Anne war sehr extrovertiert und ich habe nie verstanden, warum sie mich zur besten Freundin bombardiert hat, weil wir so verschieden waren und dann an einem Moment sagte sie, das ist warum, das fand ich sehr klug, sehr gut von Anne, wir sind so gute Freundinnen, weil wir so verschieden sind und das war sehr gut.